dann mal raus wird mist ja ich kann jetzt nicht brauche man ich muss mir ich muss einen ring besogen die doppel die einfache so verlassene ich bezweifle ist da hinten läuft schon herum dass das verlassen hier ist und ich bezweifle ist das nur nützliches bitte dass sie friedlich sind der schüsse roboter model a bist du freund ich höre schon wieder höher attacke ne du musst nachladen muss nachladen warte kurz sehr schön für was du gerade machst oh ist das kraft so ah ja nice komm mal her bin ich trotzdem mit ich koche gleich ich koche gleich ich habe da schon tausend tage ich bin dann an einem ja auch noch ich habe schon ein maschinengewehr gehabt natürlich mit ich habe gesagt nur sinnvolles ich weiß aber das bringt geld nicht runterfallen da schade gar nicht suchen einfach also kommt mit mir gerät ich gleich mal verstanden oder mal wieder durch das ist geladen das geladen das ist geladen nicht geladen das ist geladen Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Nicht immer nah, Kampi, das ist kacke Was, wenn du Level 42 bist, hält Abstand Oh ja, ich weiß, wie das Ende Geht hier drüber und gar nicht Nichts gut Oh, ist das heiß Erinnerst du dich an den Planeten aus Eiscreme? Nein, nein Was ist das? Oh, mein Kopf Seelerfahrt Okay Okay Schmuggelware Nur mit Das Geld Ich komme hier nicht durch Warum komme ich hier nicht durch? Mann, das ist so ein Blödsinn Ziel Neutralisiert Obens immerhin, okay Zweifel ich, dass ihr mich neutralisiert habt Was ist das, was ist das, was ist das? Was ist das? Nicht. Reparatur nicht möglich. Schade. Für Momente haben wir uns gefreut. Okay. Ich würde auch abhauen. Ich meine, komm zurück. Ich würde auch abhauen. Ich würde auch abhauen. Ich würde auch abhauen. Konzentration. Ist das so clever, eine Granatwaffe mit Krimp benutzen zu wollen? Das nehmen wir gerne mit. Okay. Was ist das hier? Oh, was haben wir denn da? Ein Geheimgang. Und erscheint recht lang zu sein. Was du nicht sagst? Irgendein Giftgans? Irgendein Giftgans. Nochmal Giftgans. Ich fühle mich länger. Ja. Dann müssen wir hin. Ich bin ein Glück. Ich bin ein Glück. Okay, aber wir sind sehr sicher. Ich bin ein Glück. Ist das hier? Wie geht es? So, oben auch noch zwei, ne? Oh, das macht Spaß! Los, vorwärts! Ausführen! 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 So, wir haben den Ring! Ausführen! 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 Geh! Ja! Okay, der ist weg. Dann brauchen wir ja zum Schiff, wir geben den Ring ab und dann ist die Mission erledigt. So, können wir jetzt zurückreisen auf einmal oder müssen wir wieder die Sprünge machen? Müssten rein, theoretisch so. Die Galaxie zu erkunden ist harte Arbeit. Ich kenne mich da aus. Aber komm mal vorbei und wir reden. So, und an der Art und Weise. So, ich kenne mich. So, ich kenne mich. So, ich kenne mich. Ich mag meine Waffen wie in meinem Kaffee. Warm. Mit Milch und Zucker. Wie mein Kaffee. So, wo ist Bock? Da. Ah, ein Willkommener als ehrliche Drops. Und? Hast du was für mich? Hoffentlich ist dieser Dreckskerl direkt zur Hölle gefahren. Hier sind deine Credits. Zeit für einen Drink? Dank dir kann ich den Rest meiner Tage in Frieden verbringen. 1.800. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht mehr so korrigiert in Level 15. Sehr gut. So, die Bank sprengen in der Stadt auf die Sie will ich berichten. Das steht als nächstes an. Ich werde erstmal jetzt hier wieder die Aufnahmesession beenden. Dann werden wir in der nächsten Aufnahmesession, wie gesagt, Berichterstatten. Und dann... Hast du dir den Rechnerkern angesehen? Wunderschön, oder? Ich bedanke mich für's Zuschauen, für's Reinstoff, verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bank reserved. Bank hilft, heilt die göttliche Kraft! Bankbug